Musik Robert, was sag ich? Was sagst du? Noch ein ehemals junger und typischer Mann. Bitte sehr. Danke. Guten Morgen. Ja, auf dem Weg hierher bin ich im Flughafen Gatwick angekommen. Und da ich mich von meiner Persönlichkeitsstruktur normalerweise großen Ansammlungen von Menschen fernhalte, sehe ich sowas eher in seltenen Schüben und da fiel mir auf, die Leute sehen immer jünger aus. Ich werde Ihnen im Verlauf meines Vortrags erklären, wie ich zum Titel meines Textes kam. Christentum 2.0 als Antwort auf DDR 2.0. Vorab, mir ist noch jetzt ein Untertitel eingefallen, warum Libertäre in die Kirche gehen sollten oder vielleicht wieder in die Kirche gehen sollten. Vor einigen Wochen veröffentlichte ich auf Freiheitsfunken einen Artikel mit dem Titel »Atheismus vor einem Offenbarungseid«, der entfachte, nicht ganz unerwartet, eine lebhafte Debatte. In libertären Kreisen, ein in libertären Kreisen immer wieder auftauchendes Argument gegen eine christlich-religiöse Fundierung der Freiheit ist etwa dieses. Tauschen wir damit nicht einen Tyrannen, den weltlich-staatlichen, gegen einen anderen, den geistlich-himmlischen, aus? Tyrann bleibt Tyrann. Wo bleibt da die Freiheit? Meine Antwort darauf lautet folgendermaßen. Ja, der christliche Gott ist ein Tyrann. Ein Tyrann, der darauf besteht, dass wir nicht stehlen, nicht morden, kein Falschzeugnis reden, nicht Ehe brechen, also nicht vertragsbrüchig werden, dass wir den Erfolgreichen nicht um ihre Reichtümer neiden. Auch, dass wir unsere Eltern, denen wir unser Leben verdanken, in Ehren halten. So tyrannisch ist er, dass er uns vorschreibt, dass wir alle sieben Tage einen Ruhetag einlegen. Diese Regelung gilt sogar für unsere Sklaven, sollten wir welche haben. Das klingt nicht nach dem, was wir unter einem Tyrannen verstehen. Aber werden dann die Skeptiker einwenden, er besteht auch darauf, dass wir ihn als Gott anerkennen und keine anderen Götter neben ihm haben. Denn er sei, so sagt er, ein eifersüchtiger Gott. Das klingt schon eher nach Tyrannen, nicht wahr? Und dazu sage ich, eifersüchtig kann nur der sein, der echte Liebe empfindet. Der entscheidende Punkt ist dieser. Gott ist kein Mensch. Er ist das Ideal des Menschen. Unerreichbar, aber dennoch von magnetischer Anziehungskraft. Ein Ideal ist naturgemäß tyrannisch. Außerdem ist Gott ewig, während Menschen begrenzt sind, zeitlich und räumlich. Wir sind gewissermaßen Sklaven unserer Umstände. Wir sehnen uns nach Erlösung aus dieser Sklaverei. Und immer wieder versuchen wir, den scheinbar breiteren und einfacheren Weg aus der Sklaverei zu gehen, indem wir uns scheinbar mächtigen Menschen unterwerfen, die uns diesseitige Erlösung versprechen. Und zwar seltsamerweise regelmäßig unter Umgehung der bisweilen lästigen Zehn Gebote. Als ich den Liberalismus, äh, Libertarismus entdeckte, war ich noch Mitglied der FDP und erkannte in ihm das schlechte Gewissen des Liberalismus. Heute gehe ich einen Schritt weiter und sage, der Libertarismus ist das schlechte Gewissen der Moderne. Damit meine ich die aus Renaissance-Aufklärung und Humanismus erwachsene Idee, dass der Mensch gut genug sei, sich von alleine, also autonom, aus den ihn einzwängenden Umständen zu befreien. Der Libertarismus zeigt immer wieder auf, wie, wo und warum die politische Umsetzung der Moderne scheitert und von ihren eigenen hehren Prinzipien abweicht, welche da sind, mithilfe rationalen Denkens die objektive Wahrheit zu erkennen und mit diesem Wissen das Menschenrecht durchzusetzen und einen Fortschritt zu erreichen, messbar vielleicht an einem langen Leben voller Zufriedenheit und Glück. Der Libertarismus mit seinem absoluten Bestehen auf das Eigentumsrecht, also auf einer radikal dezentralisierten, auf individuellen, subjektiven Bedarfsstrukturen beruhenden Entscheidungsmacht, legt den Finger in die Wunde all jener, die glauben, die Verletzung des Eigentumsrechts sei gerechtfertigt, wenn sie dem dient, was eine kleine Gruppe von Experten, Gnostik, also Menschen fehlerhaft wie Sie und ich, als das große Ganze und das objektiv erkennbare Gute definiert haben. Die Moderne, vertreten von Menschen mit subjektiven Bedarfsstrukturen, verheddert sich dabei in Widersprüche und der Libertarismus wirft ein unerbittliches Schlaglicht darauf. Was der Libertarismus dabei leider noch nicht vollständig registriert hat, ist dieses. Die Moderne ist seit den 60er Jahren im Niedergang. Sie ist mit oder ohne den Libertarismus an ihren Widersprüchen eingegangen. Sie wird derzeit von der Postmoderne ersetzt. Auf diese hat der Libertarismus noch keine kohärente Antwort gefunden. Kein Wunder, denn zu einem Teil setzt auch die Postmoderne auf einen radikalen Subjektivismus. In gewisser Weise ist sie vielleicht eine Parodie des Libertarismus. Etwa so, meine Wahrheit übertrumpft alles, weil wer das bezweifelt, ist ein Unterdrücker. Gegen diesen Grundsatz anzugehen, ist für Libertäre, die das Individuum an oberster Stelle positionieren, zumindest schwierig. Da hilft es nicht, wenn das andere Gesicht der Postmoderne paradoxerweise auf radikalen Kollektivismus setzt. Etwa so, dass aufgrund historischer Begebenheiten Menschen mit bestimmten Merkmalen automatisch Unterdrückte sind und andere dagegen automatisch Unterdrücker, egal was sie als Individuen tun oder lassen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, der Libertarismus ist das schlechte Gewissen der Postmoderne. Zum einen, weil ich nicht glaube, dass die Postmoderne ein Gewissen hat. Zum anderen sind die inneren Widersprüche der Postmoderne so offensichtlich, dass es keiner ausgefeilten, reifen Ideologie bedarf, um sie zu erkennen. Aber ist es vielleicht möglich, dass die Postmoderne implizit das schlechte Gewissen des Libertarismus ist, da sie ihm aufzeigt, dass radikaler Subjektivismus auch nicht ohne Widersprüchlichkeit ist. Wenn es ernst wird, setzt auch der real existierende radikale Subjektivismus auf die Macht des Staates. Er wird mit anderen Worten tyrannisch. Und seine Gebote sind ganz andere als die in der Bibel. Da heißt es etwa, silence is violence. Also, wenn ich etwas sehe, was ich für eine Ungerechtigkeit halte und andere schweigen dazu oder halten still, dann ist das Gewalt und gehört entsprechend geahndet. Ich habe an dieser Stelle in den vergangenen Jahren mehrfach dargestellt, wie viel die individuelle Freiheit, die wir objektiv im Abendland genossen haben, auf die kulturelle Hegemonie des Christentums zurückgeht. Und Guido hat ja dazu einige schon gesagt. Diese aus dem Judentum hervorgegangene Religion verortete die oberste Instanz außerhalb jeder menschlich erreichbaren und gestaltbaren Sphäre. Nur aus dieser Religion entstand die Idee der Herrschaft des Rechts, dem auch die mächtigsten Menschen unterworfen sind. Und dieses Recht wiederum basierte und basiert auf den Zehn Geboten. Nebenbei war diese kulturelle Hegemonie des Christentums aus Gründen, die in der Religion zu finden sind, auch für die industrielle Revolution und die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft verantwortlich und damit für den materiellen Fortschritt. Die Dualität, objektiv-subjektiv, ist ein uraltes Problem der westlichen Philosophie, was schon die alten Griechen bewegte. Unter der Vorannahme des autonomen Menschen, also des Menschen, der Gott nicht nötig hat, ist diese Dualität nicht aufzulösen. Man kann immer nur auf Widersprüchlichkeiten derer hinweisen, die sich mehr für die eine oder die andere Seite im Tageswechsel vielleicht entschieden haben. Auch Immanuel Kant konnte diese Dualität nicht lösen. Er postulierte eine objektive Außenwelt und unveränderliche Denkkategorien des Menschen, die zwar in der Lage seien, diese objektive Außenwelt zu kategorisieren, nicht aber das Ding an sich jemals vollständig zu verstehen. Und er postulierte davon getrennt den sogenannten nominalen, nicht-deterministischen, subjektiven Bereich des freien Willens und der Ethik. Mein freiwillig gewählter Mentor Gary North schrieb dazu, Zitat, Dieser Dualismus lässt sich auch mit anderen Wortpaaren darstellen, etwa Ordnung und Chaos, Determinismus und freier Wille, statische Logik und zufälliger historischer Wandel. Der lang anhaltende Kampf zwischen den politischen Kategorien Konservativismus und Progressivismus geht meiner Ansicht nach ebenfalls auf diesen Dualismus zurück. Der Libertarismus hat den Anspruch, zumindest im politischen Raum diesen Dualismus zu überwinden. Aber auch er hat das bisher nicht geschafft. Dieser scheinbar unüberbrückbare Dualismus Konservativismus löst sich erst auf, wenn man sich von der Vorannahme der Autonomie des Menschen verabschiedet. Und es ist eine Vorannahme. Das heißt, es ist eine nicht beweisbare Grundvoraussetzung des Denkens und Handelns. Möglicherweise ist der Mensch Produkt eines reinen Zufalls. Die Natur hat ihn mit der Gabe ausgestattet, die Welt in versteh- und nutzbare Kategorien einzuordnen und entsprechend seinen subjektiven Bedürfnissen umzuwandeln. Und weil unsere Bedürfnisse subjektiv unterschiedlich sind, bleibt nur das Mittel der Macht, um herauszufinden, wer aus dem evolutionären Kampf als Stärkster hervorgeht. Das ist die unausweichliche Konsequenz, die aus der Vorannahme der Autonomie des Menschen resultiert. Die alternative Vorannahme ist die, den Mensch als Geschöpf Gottes zu betrachten. Eines Gottes, der uns viel erlaubt, aber eben nicht alles. Eines Gottes, der uns viel herausfinden lässt, manches uns auch offenbart, aber eben nicht alles. Ein Gott, der uns belohnt, wenn wir seinen Regeln befolgen, und der uns bestraft, wenn nicht. Also, der Titel meiner Rede lautet Christentum 2.0 als Antwort auf DDR 2.0. Was meine ich damit? Zunächst DDR 2.0. Als ich vor einigen Monaten rätselte, wie der Titel meiner Rede sein sollte, kam gerade eine Nachricht von der Razzia bei unserem geschätzten Mitstreiter Markus Krall. Ist der hier? Okay. In Deutschland ist es möglich, so lernten wir in diesem Zusammenhang, die Wohnung eines Zeugen polizeilich durchsuchen zu lassen. Das war wieder einer dieser Fälle, die deutlich machen, dass wir tatsächlich nun in einer DDR 2.0 leben. Aber nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen Westen. Mit einigen Ausprägungsunterschieden in den jeweiligen Staaten. Mit oder ohne Pandemie sind wir also unbestreitbar wieder auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus. Und wir müssen uns fragen, warum. Und an dieser Stelle möchte ich Alexander Solzhenitsyn zitieren. Der russische Dissident, 1914 geboren, sagte anlässlich der Preisverleihung 1983 folgendes, Zitat Vor mehr als einem halben Jahrhundert, als ich noch ein Kind war, hörte ich einige ältere Menschen die folgende Erklärung für die großen Katastrophen, die Russland heimgesucht hatten, geben. Die Menschen haben Gott vergessen, deshalb ist das alles passiert. Seitdem, führt er fort, seitdem habe ich mich fast 50 Jahre lang mit der Geschichte unserer Revolution beschäftigt. Dabei habe ich hunderte von Büchern gelesen, hunderte von persönlichen Zeugnissen gesammelt und bereits acht eigene Bände zu den Bemühungen beigetragen, die Trümmer dieses Umbruchs zu beseitigen. Aber wenn ich heute gebeten würde, die Hauptursache für die ruinöse Revolution, die etwa 60 Millionen unseres Volkes verschlungen hat, so prägnant wie möglich zu formulieren, könnte ich es nicht treffender ausdrücken, als zu wiederholen. Die Menschen haben Gott vergessen, deshalb ist das alles geschehen. Zitat Ende. Dabei sah es kurz vorher für das Christentum alles, sah alles blendend aus. Auf einer internationalen Missionarskonferenz in Edinburgh im Jahr 1910 war man sich einig, dass in 50 Jahren die ganze Welt christianisiert sein würde. Damit würde das Gebot Jesu am Ende des Matthäus-Evangeliums erfüllt sein, hinauszugehen in die Welt und alle Menschen im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Die Erwartung von 1910 schien damals plausibel. Als er es gestern Abend noch mal las, erinnerte mich an einen Vortrag gestern, Je plausibler, desto eher der Krash oder so ähnlich. Die Erwartung von 1910 schien damals plausibel. Dort, wo das Christentum am längsten ungestört aufgeblüht war, waren die mächtigsten und reichsten Nationen entstanden, die es jemals gegeben hatte. Wer konnte bezweifeln, dass diese Nationen von Gott gesegnet waren? Es gab damals nur noch drei Weltreligionen, wo aus Sicht des Christentums weiße Flecken in der Missionarstätigkeit herrschten. Das Osmanische Reich, China und Japan. Alle drei Regionen waren damals wirtschaftlich schwach. Wesentlicher spiritueller Widerstand war nicht mehr zu erwarten. Die Missionare hatten aber in ihrem Optimismus übersehen, dass Renaissance, Aufklärung und Humanismus in den Kernländern des Christentums über viele Jahrhunderte bereits ganze Arbeit geleistet hatten. In Bildungsinstitutionen, die es ohne das Christentum nicht gegeben hätte, nämlich Universitäten und Hochschulen, hatten erst einige, dann immer mehr, Gelehrte die Saat der alten Idee von der Autonomie des Menschen neu ausgesät. Wahrscheinlich in Personalunion mit den Gnostikern. Eine erste Saat ging in Frankreich 1789 auf und diese wurde zwar 1815 weitgehend ausgejätet, aber nicht entwurzelt. Nach einer hundertjährigen Pause ging es dann Schlag auf Schlag. Hunderte Millionen verloren auf brutalste und bestialische Weise ihr Leben, weil sie den momentan stärksten innerhalb ihrer Reichweite nicht ins Bild einer evolutionär fortschreitenden Menschheit passten. 50 Jahre nach 1910 war das Christentum mitnichten an Ziel angelangt, sondern wurde im Gegenteil, ähnlich wie beim Mensch ärgere dich nicht spiel, zurück auf los gesetzt. Und das meine ich wortwörtlich. In seinem zweibändigen Werk »The Story of Christianity« aus dem Jahr 2010 stellt der amerikanische Theologe Justo González fest, dass wir im Westen zu unseren Lebzeiten zum ersten Mal seit der Zeit des römischen Kaisers Konstantin in einer »Nachkonstantinischen Ära leben«. Gemeint ist damit, sagt er, dass die Kirche nicht mehr auf die politische Unterstützung zählen kann, die sie seit den Zeiten Konstantins genossen hat. Konstantin verfügte bekanntlich im Jahr 313 die Tolerierung des Christentums, beendete also offiziell die Christenverfolgung. Nun aber, sagt González, muss das westliche Christentum sich »in einem Prozess, der mit der amerikanischen und der französischen Revolution begann, der Herausforderung säkularer Staaten stellen, die ihm zwar nicht immer feindlich gesinnt waren, es aber tendenziell ignorierten.« Das ist noch recht harmlos formuliert. Seit 2010 hat sich die Gangart säkularer westlicher Staaten verschärft. In Großbritannien zum Beispiel werden Straßenprediger verhaftet, wenn sie einem Schwulen oder einer Lesbe sagen, dass sie in die Hölle kommen. Einem Pfarrer wurde das Bausparkassenkonto gekündigt, weil er sich bei dieser Institution darüber beschwerte, dass sie seiner Meinung nach exzessive LGBT-Propaganda betreibe. Christliche Lehrer, die sich weigern, die von einem in Transition befindlichen minderjährigen Schüler gewählten Pronomen zu verwenden, können ihren Job verlieren. Von den Kirchen haben diese Leute kaum Hilfe zu erwarten. Im Gegenteil. In der Zwischenzeit hat sich das organisierte Christentum im Westen zu einem Erfüllungsgehilfen des säkularen Staates und seiner Ersatzreligionen degradieren lassen. Auch in diesem Sinne vermerken wir ein Zurück auf Los. Denn es stimmt nicht, dass es im Römischen Reich Religionsfreiheit gab. Die gab es nur sehr oberflächlich betrachtet. Und zwar für all jene, die den Kaiser als oberste Autorität anerkannten. Die ihn also implizit an die Stelle Gottes setzten. Wer das nicht tat, und das waren die Frühchristen, wurde verfolgt. So wie heute, wenn sie den Staat nicht zumindest implizit als Gott anerkennen. Die meisten Christen aber tun das heute. Leider. Ihre Oberhirten sind oft vom Staat gekauft oder vereinnahmt worden. Kein Wunder. Denn auch sie sind durch die Universitäten gebildet worden, die ich die säkularen Kirchen nenne. Auch hier wieder ein Beispiel aus Großbritannien. Kurz vor Weihnachten 2021 gab der Oberhirte der der anglikanischen Christen, der Erzbischöf von Canterbury, ein Interview im Fernsehen. Also zu einer Zeit, als es durchaus schon hier und dort in den Mainstream-Medien Fälle von Covid-Transmissionen und Infektionen trotz Impfungen durchgesickert war. Und, wenn man genau hinschaute, gelegentlich auch von plötzlichen Todesfällen oder lähmenden Nebenwirkungen nach der Impfung. Justin Welby, so heißt jeder jener Oberkleriker, sagte in einem Interview wörtlich, ich zitiere, die Impfung abzulehnen bedeutet, das Prinzip der Nächstenliebe zu verletzen. Den Katholiken geht es nicht besser. Sie haben einen Papst, der der Klimareligion das Wort redet. Die Lutheraner in Deutschland haben einen Kirchenführer, der auf dem Tempelberg in Jerusalem sein Kreuz verschämt und feige ablegt. Ein Christentum, das solche Führer hat, ist nur noch zu bedauern. Was wir also brauchen, ist ein Christentum 2.0. Nun bin ich nicht berufen, hier eine neue Reformation auszurufen, aber es gibt ein paar Punkte, die Christen aller Konfessionen vielleicht jetzt, wo sie zurück auf los geworfen worden sind, in Betracht ziehen sollten. Zusammengenommen konstituieren sie eine Erneuerung des Christentums und wie ich meine, eine Erneuerung der Freiheit. Erstens, also es sind vier Punkte, ich habe hier inflationär drei auf vier gesetzt. die Christen müssen sich bewusst werden, erstens, dass sie weitgehend von Wölfen in Schafspelzen verführt werden, geführt werden, schuldigung, verführt ist auch nicht schlecht, die, die zur Huldigung der Macht verführen, jetzt kommt das Wort, die das Christentum zu irgendeiner modernen Form einer vorchristlichen heidnischen Religion degradieren, mit der der moderne Kaiser getrost leben kann. Zweitens, die Christen müssen sich bewusst werden, dass ihre Religion eine zentrale Rolle beim Ausbruch der Menschheit aus der Malthusianischen Falle spielte, aus dem ewigen Zyklus von Hungersnöten. Das Christentum ist nicht eine Religion unter vielen, es ist die Religion, aus der Freiheit und Wohlstand für alle erwuchs. Sie wurde und wird deswegen immer noch von jenen bis aufs Messer bekämpft, die bei denen der Geist keins vorherrscht, also der Geist des Neids, der Missgunst, der psychopathologischen Weigerung, die eigene Fehlerhaftigkeit anzuerkennen und die psychopathologische Bereitschaft, diese Fehlerhaftigkeit stattdessen auf andere zu projizieren. Drittens, die Christen müssen sich bewusst werden, dass das Anstreben des persönlichen Heils und das ihrer Familie und vielleicht auch noch die Stärkung ihrer Kirche nicht ausreichen, sondern dass auch Regierungen und andere staatliche Institutionen einer Rechristianisierung bedürfen. Würden hier die zehn Gebote ernst genommen, gäbe es kein Fiat-Geld und der Staat wäre allenfalls auf die Bereitstellung weniger öffentlicher Güter beschränkt. Sie könnten damit anfangen, Sie, die Christen, könnten damit anfangen, indem sie darauf bestehen, dass der Staat nur weniger als zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts einnehmen darf, weil er sich sonst finanziell über Gott erhebt und damit gleich das erste Gebot bricht. Viertens, und vielleicht am wichtigsten, viele Christen glauben, dass Jesus jederzeit zurückkehren könnte. So interpretieren sie seine Worte aus den verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass die Wiederkehr des Gottes Sohns wie ein Dieb in der Nacht sein werde. Also völlig überraschend und dass wir jederzeit darauf vorbereitet sein müssen. Das stimmt zwar, es stimmt zwar, dass man allzeit bereit sein sollte, bereit, einen Diebstahl abzuwenden, aber auch bereit, für die Wiederkehr Jesu. Aber es gibt einige wichtige Hinweise, dass es noch nicht so weit sein dürfte. Im Neuen Testament haben wir das erwähnte Gebot, am Ende des Matthäus-Evangeliums die ganze Welt zu christianisieren. Wird er also zurückkehren, wirklich, bevor dieses Gebot erfüllt wurde? Fragezeichen. Im Alten Testament ist bei Jesaja davon die Rede, im Kapitel 65, wer es nachlesen will, Vers 20, dass es eine Zeit geben werde, wo in Jerusalem, also das kann durchaus metaphorisch gemeint sein, also unter der Glaubensgemeinschaft, ein Hundertjähriger, der stirbt, als tragisch jung verstorben gelten werde. Die Industrielle Revolution war nur ein erster Schritt in diese Richtung. Und diese Revolution kann mit viel Berechtigung als Segen und Belohnung für die weitverbreitete und langjährige Einhaltung der göttlichen Gebote interpretiert werden. Und ist wahrscheinlich die beste Erklärung dafür, warum sie genau dann und dort stattfand, wo sie geschah. Wie gesagt, diese vier Punkte konstituieren im Kern eine Erneuerung des Christentums. Bei dieser nötigen Rekonstruktion des Christentums können Libertäre eine wichtige Rolle spielen. Mit ihrem Nicht-Aggressionsprinzip aus dem Naturrechtsgedanken haben sie einen Grundsatz, mit dem der Libertarismus unter allen säkulären Ideologien große Ähnlichkeit und Übereinstimmung mit dem Christentum besitzt. Nur kann man mit dem Naturrecht allein nicht erklären, warum jemand, der die Macht hat, diese nicht missbrauchen soll, wenn er glaubt, damit davon kommen zu können. Das ist ein wesentlicher Schwachpunkt des Libertarismus. Es ist wie ein fehlendes Puzzlestück, um das ansonsten sehr stimmige Bild zu vervollständigen. Und meiner Ansicht nach, das wird Sie jetzt nicht überraschen, hat dieses fehlende Puzzlestück den schemenhaften Umriss einer göttlichen Gestalt. Die Christen wiederum könnten von den Libertären vieles lernen, was die wichtige Umsetzung ihrer Gebote auf der institutionellen Ebene angeht. Insbesondere die österreichische Schule der Ökonomie kann Ihnen beibringen, welchen Schaden für Menschheit und Natur, also Schöpfung, die Missachtung der göttlichen Gebote seitens der staatlichen Institutionen verursacht. Ich sehe mit Hoffnung und Zuversicht einer Zeit entgegen, in der ein Christentum, das mit Hilfe des Libertarismus wieder zurück auf das Menschheitsspielbrett gebracht wird, wieder auf sein wahres Ziel hinarbeitet, nämlich der Christianisierung der Welt und einer Fortsetzung der Befreiung der Menschen von Willkür und Elend. Ich bin zusammen mit anderen christlichen Rekonstruktionisten überzeugt, dass diese Befreiung Teil des göttlichen Plans seit dem Sündenfall war und ist und dass Jesus erst dann wiederkehren wird, wenn dieser Plan verwirklicht wurde. Diese Konferenz steht unter dem Motto wirtschaftliche und persönliche Freiräume in der Zeitenwende, die Lebensunternehmer Konferenz. Mein praktischer Vorschlag an Libertärer ist dieser. Suchen Sie eine Kirche auf. Nicht eine solche, Kirchen Steuer nimmt. Eine solche ist wohl hoffnungslos. Was gibt andere? Suchen Sie sie auf und besuchen sie sie. Diskutieren sie mit den Leuten dort über Gott und die Welt. Wenn sie respektvoll vorgehen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Kirchgänger haben, werden auch sie ein offenes Ohren treffen. Denn dort glaubt man noch an die Existenz einer absoluten objektiven Wahrheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Worte dort auf fruchtbarem Boden fallen, ist höher als anderswo. So Gott will, werden ihre Worte gute Früchte hervorbringen. Das Unkraut der zugleich antichristlichen und antifreiheitlichen Ideen wird dann nachhaltiger zurückgedrängt werden als etwa im 19. Jahrhundert und das Christentum und die Freiheit werden wieder zurück im Spiel sein. Ich danke Ihnen. Applaus